Niemand hatte mich gezwungen, zurück in meinen Geburtsort zu kommen, den ich fast zwölf Jahre nicht mehr besucht hatte. Nach der Schule hatte ich die Gelegenheit ergriffen, nach Vancouver zu ziehen, hatte Englisch, Sport und Kunst auf Lehramt studiert, nebenbei als Katalogmodel gejobbt und dann ein paar Jahre unterrichtet. Doch im letzten Jahr war irgendwie alles schiefgelaufen. Und dann hatte sich die Möglichkeit ergeben, nach Port McNeil zurückzukehren.